hallo was machen sachen ja heute mal kein tutorial sondern mehr so ein ich nenne es jetzt mal info videos ich habe zwei sachen wobei ich reden möchte die sich jetzt halt geändert haben erneuert haben öffnet haben und ich dachte mir das ist doch eigentlich ganz praktisch wenn ich das mit einem thunlap verbinde weil um unter anderem geht es um die sache die dahinten passiert fangen wir auch vielleicht erst mal damit an ich habe ja wie ihr wisst ich mache 3d modelle und so weiter verschiedene ich arbeite auch viel mit über studio und halt alles was dazu gehört mit was das den bereich video angeht und habe ich mir jetzt ja die freiheit genommen dass ich oder ich habe mir vorgenommen ich möchte mehrere sachen anbieten zu einem halt die kopfhörer gehören jetzt zu dem bus shop den ich öffnet habe also es gibt eine seite buf die meisten die halt sich so ein bisschen selbst mit feature interessieren werden die wahrscheinlich kennen das ist eine japanisch stammige seite wo man halt einfach jede menge shops eröffnen kann und das ist halt in dem bereich sehr beliebt da man da auch als verkäufer halt keine großartigen erstkosten hat man muss halt ein teil abgeben von dem gewinn den man macht ja aber es ist relativ wenig verglichen mit anderen seiten und es ist halt auch wie gesagt eine seite die halt viele video benutzen also hat man da schon seine zielgruppe erreicht ich sagte okay mache ich auch ein auf habe ich dann bis durch gelesen an für sich alles ziemlich einfach gemacht und ich habe jetzt einen bus shop an dem ich jetzt mehrere assets anbieten möchte zum erst halt nun mal verschiedene props wie jetzt auch die kopfhörer die haben im stream zusammen gemacht mit verschiedenen farben die wird es halt auch in diesem bus shop games das erste item was gibt die gibt es einzeln oder als pack zusammen sind insgesamt acht farben die ich habe ja und der shop ist unverlegt wenn ihr dann mal möchtet könnt ihr da gerne reinschauen wie gesagt es werden in zukunft auch mehrere assets folgen ich habe mir vorgenommen sich fürs erste erstmal kopf und so weiter machen würde halt so hüte headphones flügel hörner und halt so accessoires die man halt zu dem modell machen kann da ich ja noch eine andere sache habe mir die die ich halt anbieten möchte sind halt komisch ins für youtube sachen generell habe ich mir gedacht okay ich mache dazu auch noch mal eine seite ich habe mir eine kleine homepage gebastelt mit so homepage basteln box teil von die seite nennt sich wix vielleicht kennt ihr einer das ist halt so ein bauprinzip für alle die halt nicht programmieren können die sich dann trotzdem eine website erstellen kann ich habe mir jetzt halt einfach die kostenlose version deswegen steht dann noch überall mit bei wix oder mit von wix oder was weiß ich und die die seite existiert auch die ist natürlich auch unten der beschreibung verlinkt kleines merk eine kleine aufmerksamkeit also eine kleine sollte ich noch dazu sagen ich habe die seite jetzt halt auf englisch gemacht ich werde eventuell auch eine deutsche version machen dass man das halte hin und her schalten kann aber zurzeit ist nun englische version offen da man damit halt mehr leute erreicht weil doch deutlich mehr leute englisch sprechen wie deutsch das ist halt nun mal so die sache generell könnt ihr anschauen ich habe meine modelle drinnen die schon erstellt habe auch die aufträge die schon gemacht habe sind da vorgestellt eine grobe preisliste man kann ja nicht immer genau sagen ich mache für alles den gleichen preis je nachdem wie aufwendig ein modell ist ist ein preis angegeben können da gucken sind halt einmal nur für leute die also einfach nur für modelle dienen und wie weit haben sie einen anderen preis dann halt mit kleinen änderungen im blender oder dann hat auch mit größeren änderungen blende habe ich so drei kategorien heißt dann wenn du dieses haben möchte kannst du mit dem minimum diesen preis rechnen um die genaue summe was dann geplant ist musst du mich einfach kontaktieren und mit mir diskutieren was gemacht werden soll dementsprechend kann ich den preis geben ich werde aber auch einzelne änderungen machen wenn du jetzt ein fertiges modell hast zum beispiel verschiedene blend shapes hinzufügen oder halt dafür einfach ein kostüm machen oder ein accessoire machen halt auf auftrag das ist dann halt spezifisch für deinen charakter gemacht ist oder halt weil sie auch schon gemacht habe du hast ein modell und hast auf boost ja auch eine klamotte gekauft die aber jetzt auf dein modell nicht passt du aber nicht weiß wie du das machst übernehme ich das natürlich auch ich passe halt klamotten an und alles was halt so darum zugehört ja und all das möchte ich auch anbieten ich kann auch verschiedene andere accessoires und was weiß ich so alles im 3d bereich machen oder halt wenn du dann möchtest wie gesagt auch komplette modelle mit dem was du dir vorstellst für halt das was du haben möchtest es gibt auch eine möglichkeit das habe ich auch mit jemanden gemacht das weil es ist halt immer noch eine kostensache das alles kostet nach geld weil lau mache ich das halt nicht das ist halt auch arbeit die da rein fließt dass man sagen okay wir machen jetzt ein modell ich hebe mir die original dateien immer auf falls irgendwas ist falls es probleme gibt oder sonstige geschichten habe ich auf meiner festplatte die original datei in der unity also die unit der datei die man dann hat oder halt die über studio datei die man hat die hebe ich auf falls es probleme gibt falls irgendwas ist dass du auf mich zurückgreifen kannst du sagen kannst ja hier irgendwas hat nicht funktioniert ich bräuchte die noch mal oder ich möchte halt noch was anderes verändern das hatte ich jetzt wie gesagt mit einem schon gemacht da hieß es okay ich mache jetzt erst mal nur ein modell nur wie wollt und das wird dann halt später wenn ich dann das geld habe dann halt ausgebessert oder vergrößert da haben wir dann halt was gemacht ja oder halt auch verschiedene sachen ich habe auch schon sachen konvertiert die habe ich jetzt auf der seite nicht drin wo es dann heißt ja ich habe die jetzt gekauft von der an der seite aber das ist in einem format das kann ich nicht nutzen ich weiß nicht wie ich das hinkriegen kann weil ich habe blende ich habe keine ahnung von den plugins habe ich einfach sachen auch konvertiert für ein kleines geld und das ist so ein bisschen vorbereitet dass man halt auch für den waren weiter nutzbar war dann halt je nachdem in der vm datei oder fbix datei je nachdem wo man dann arbeiten möchten das ist auch eine option ja wie gesagt habe ein bisschen was gemacht ein bisschen plane was zu machen für alle die sich auch noch interessiert ich nehme auch weiterhin zeichnungen an aber ich möchte mich jetzt doch mehr auf 3d sachen konzentrieren wenn jetzt auch jemand spezielle wünsche hat fancy wünsche wie jetzt einen kompletten raum oder so weiter bin ich dafür auch offen aber habt im hinterkopf das wird dann doch kostspieliger weil es ja nicht nur ein asset ist es kommt da noch trifft und willst du das alles selbst gemacht haben oder sind halt es jetzt okay die man woanders daher bekommt dass man die dann auch von verschiedenen seiten zum beispiel die immunity store unterlädt oder auch von sketchfab oder von us unterlädt und die dann hat mit einbringen das kommt hat alles darauf an was du da möchtest wie groß der raum trist was da drin sein soll etc aber auch dafür bin ich offen ja und eine sache suche ich noch also da bin ich jetzt auf aktiv auf der suche da ich kein iphone habe und ich ein bisschen mit ausprobieren möchte habe ich ja vielleicht lege ich das einfach mal aus vielleicht ist ja einfach jemand dazu bereit sich mit mir zusammenzusetzen und ja was auszuprobieren ich bräuchte wie gesagt jemanden der interesse an youtube hat ein iphone mit einem tiefen filter hat also ein neueres iphone hat und einfach bock mit mir hat zu gucken dass wir den tiefen filter das vom iphone nutzen können um ja das alles halt in unity mit anwählen nicht in unity in anwählen mit zu verbinden es gibt nämlich eine plug-in eine app die nennt sich lifelink und damit kann man halt wie gesagt ein iphone mit einem charakter verbinden und ihn über blend shape steuern ich möchte das halt wie gesagt ausprobieren verfüge über kein iphone und ich habe weder das geld noch wirklich interesse mir für sowas halt direkt dann ein iphone zu kaufen und zu gucken ob es funktioniert vielleicht irgendwann mal wenn es dann funktionieren wird dass ich mein zuleger aber jetzt fürs testen ja nicht wie gesagt bin selbst auch so wie gesagt wenn jemand sich mit youtube interessiert und ein iphone zugänglich hat und einfach bock hat sich mit mir zusammenzusetzen dass man dann halt über ein disco discord call und so weiter uns zusammensetzen bisschen rumprobieren ob das funktioniert wie das funktioniert ja bin ich dafür offen und eventuell je nachdem wie gut das funktioniert wie gut es übertragbar ist und ob man auch das unit der das anwählen projekt einfach so ohne probleme weitergeben kann über verschiedene seiten halt dass man die datei an sich runter oder das bei dem anderen funktioniert suche ich einfach mit dem ich das ausprobieren kann und wenn es gut läuft dann kann man halt auch komplette projekte in anderen machen aber wie gesagt dazu müsste ich halt erst mal testen ob und wie das funktioniert wie gut das läuft ob man die sachen auch sicher transferieren kann was man darauf achten muss und so weiter aber da bräuchte ich dann halt wie gesagt einen partner der da lust und laune hat sich einfach mit mich mit mir mal zusammenzusetzen und das alles mal auszuprobieren das wäre es dann eigentlich auch schon dann bin ich mit meinen sachen durch eigentlich ein bisschen mehr wie gesagt ich wollte ja eigentlich nur ankündigen ich habe jetzt einen 3d shop extra für video wegen auf beruf ich habe auch noch einen auf sketchfab wo halt so allgemein zeug drauf ist weil sich einer dafür interessiert aber ich werde den beruf mehr pflegen weil das ist jetzt erst mal primär mein ziel und ich nehme aufträge an und letztes stück ja ich suche halt auch noch für verschiedene projekte oder momentan ein projekte leute die da einfach bock drauf haben wenn euch irgendwas interessiert dann guckt einfach mal in die beschreibung da sind beide seiten verlinkt der shop ist verlinkt die internetseite mit aufträgen ist verlinkt keine meine ganzen social media dinger sind verlinkt also wenn ihr dafür irgendwas interesse habt ihr dürft mich auch gerne anschreiben oder wenn ihr irgendwelche fragen habt sei es in aufträge oder etc oder ihr habt irgendwo ein problem oder sonstige geschichten da lässt sich bestimmt irgendwas machen oder ihr habt tatsächlich bock einfach mal mit mir das auszuprobieren in anwil ja und dann war es das soweit erstmal von mir dann danke für eure aufwirksamkeit und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag an am 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 Untertitelung des ZDF, 2020